Ja, hallo Freunde, da sind wir auch schon wieder. Hi Brause, schön dich hier zu treffen auch. Hallo, alles zusammen. Gehen wir einfach mal wieder runter und machen Bäume. Hab grad schon geguckt, wir sind die einzigen in Molvic, die einzigen Midgarder zumindest. Hatten ja letztes Mal richtig schön Spaß mit den beiden Alps, aber wir brauchen ja schon irgendwie ein bisschen mehr Level noch, dass sich das so richtig lohnt. Ja, hol mal einfach ran, so in deinem Tempo Brause, und ich seh dann zu, dass ich die totgeschlagen krieg. Hey, bin ich da zu weit weg, oder? Ja, jetzt, Mann. Tom. Ach, geht doch. Das ist wieder einer von der Sorte, die, äh, war nicht zu schlecht. Naja, ich... Ich tue mal hier ein bisschen den ein oder anderen Heil, Heilspruch loslassen. Das hilft auf jeden Fall, klappt auch grad super. Ach, guck mal. Schon liegt da. Baumfeld, hätte ich nur rufen sollen. Baumfeld, Timbier. Ja. Ganz kurz rasten. Ja, wir wollten uns ja mal, wenn wir nächstes Mal irgendwo sind, ne, bisschen mal nach Brennholz umsehen, ne? Ja, da hast du recht, wobei wir die hier, glaub ich, gar nicht verwenden können, weil hier ist, äh... Also, die gehen nur im PvE-Gebiet. Ach so. Aber Tränke oder sowas kann man ja vielleicht kriegen. Müssen wir mal gucken. Na, komm her, Bursche. Räumchen, äh, ich wechsle dich. Von Baumstamm nach Zahnkummer. Naja, mach mal da. Weltölzer raus. Falls einer noch irgendwie, äh, Späne braucht, will, für seinen Goldhamster oder so. Einfach kurz antexten. Wir schicken das dann direkt rüber. Ja, vielleicht könnten wir da auch das Feuerholz machen. Timberboxen schnitzen. Ja, aber vielleicht braucht man dafür noch zusätzliches Material, denn zum Beispiel, äh... Schwarzpulver oder so, oder, äh... Zumindest hier so, so'n, so'n Eisen. So'n Eisen, was Funken schlägt. Ja, ja, ja. Also ein, ein regelrechtes Feuerzeug. Zeug zum Feuer machen, ne? Feuerzeug. Ach hier, ich hab die noch da in mir. Mein Schand ist doch viel besser. Sag mal, Brause, du, äh, du wolltest doch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Du gehörtest ja auch mal zu den, zu den Lochbuddlern. Ich hör'n Totengräber? Ja, nee, nicht... Also jetzt richtig tiefe Löcher, so ganz weit unter der Erde. Ach so, einen deutschen Steinkohleberg gebaut, der hätte ich ganz... Jawoll. Ja, das war ich mal. Da kennst du sicherlich noch die eine oder andere interessante Anekdote hier für unsere Zuschauer. Ja, das heißt Anekdote, das ist im Nachhinein manchmal anekdotisch, aber eigentlich... Kommando ist das immer schwer, aber... Denken wir uns jetzt mal hier an unsere Zuschauer, die vielleicht, äh, aus Gegenden kommen, wo Bergbau nie so ein Thema war und die da sich überhaupt nicht mit auskennen. Ja, weißt du, Bergbau zumindest, man hat das ja jetzt an den Nachrichten gehört, da in Polen, ist und war immer schon ein, äh, gefährlicher Job. Mhm, also nicht, äh, wie irgendein Schuhverkäufer oder so? Ich mein, auch Schuhverkäufer kann gefährlich sein, wenn man hier jemand versucht, den falschen Schuh aufzudrängen, ne? Aber, allein von der, ja, von den Arbeitsbedingungen, ne? So mit 1500 Meter Dreck über der Birne, ne? Der auch nicht immer unbedingt da oben bleibt. Ja, das kommt, man kann ja viel versuchen zu verhindern, dass irgendwas zusammenbricht, zusammenfällt. Aber, wenn es dann mal wirklich ordentlich drückt von oben, ne? Bei 1000 Meter Gestein über der Birne, da hält nix, da, es gibt nichts, was den Bergbau dann retten kann, ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass, über 1000 Meter, ich, äh, kann ja gar nicht ausdrücken, wie viele Tonnen das sind, die da runterdrücken. Ja, das kann man glaube ich nicht, ja. Jetzt hab ich ordentlich Aua gekriegt, aber du heilst schon gut. Ja, und wie das dann ja so auch ist, dass die Kohleschicht hier wie die Buttercreme in der Torte so eine Schicht bildet, ne? Also quasi, äh, da drüber und da drunter irgendwie Gestein und dazwischen die Kohle. Ja. Die von... Die von irgendwelchen Urzeitsümpfen oder sowas, oder wo kommt die her? Naja, ursprünglich mal hier das gleiche gewesen, was wir hier gerade kurz knüppeln. Bäume. Bäume. Also wir machen sozusagen Kohle, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man sieht ja selbst, wie die Bäume hier im Liegenden verschwinden. Ja, die versinken so im Boden und dann werden sie durch den Druck so irgendwie und so, keine Ahnung. Ja, 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 durch den hohen Druck und Temperatur und kein Sauerstoff und, naja, dann, äh, ja, verkohlt das Zeug. Und wenn das dann noch länger da drin bleibt und noch mehr Druck kriegt, dann wird's zu Diamanten. Also ihr habt quasi da das Rohmaterial für Diamanten abgebaut. Ja, ist im Prinzip der gleiche Baustoff, nämlich Kohlenstoff. Diamanten sind reiner Kohlenstoff und Steinkohle im Prinzip dann auch. Also, äh, wenn uns dann irgendwann mal die Kohle ausgeht, dann machen wir da einfach, äh, wo ist das, irgendwo in Belgien oder Holland, die Diamantlager auf, wo die da die ganzen Diamantenhorten reißen, verhalten und dann verbrennen wir die einfach. Ich glaube, in Anwerpen ist das, glaube ich. Anwerpen, ja, genau. Ja, da sind so die Edel, 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 Metall- und Edelsteinmärkte. Ja, ist ne teure Art zu heizen, ne? Da ist, glaube ich, sogar Erdöl billiger. Ja, es wird teurer sein als Erdöl, aber, ähm, also wer's nicht weiß, Diamanten sind eigentlich nicht teuer. Die kosten nicht besonders viel. Die sind nur deswegen teuer, weil die Leute haben Monopol darauf, quasi die Diamanten rauszuholen aus der Erde und machen das, äh, auf, ich sag mal, interessante Art und Weise und Ausbeutung und schmutziges Geld und Waffengeschäft und was weiß ich alles. Und horten dann diese ganzen Diamanten in großen Tresoren und verkaufen immer nur einen kleinen Teil davon, damit die auch ja nicht billig werden. So, aber jetzt... Ja, sag. Obwohl man natürlich sagen muss, äh, im, äh, Verhältnis zu Kohle... Ist es immer noch, äh, teuer. Weil es eben auch ein bisschen wenig davon gibt eigentlich, ne? Ja, also, ist alles relativ, äh, also es gibt, äh, wenig Diamanten im Vergleich zu Kohle, aber es gibt nicht so wenig Diamanten, wie man denken könnte, wenn man, äh, auf den Preis mal guckt von so einem Diamanten. Ähm, ja, ja, das ist klar. Aber ich meine... Zumal man die ja auch, glaube ich, inzwischen künstlich herstellen kann. Ja, und so ganz wertvoll sind ja dann auch wirklich nur die wirklich ganz klaren, reinen Diamanten und dann... Mit dem richtigen Schliff. Mit dem brillanten Schliff, ne? Dann werden wir dann mal... Aber ich meine trotzdem, also mir würde selbst ein gruseliger... Bräuse, Liga... Ne? Bräuse, äh, ist da nicht so, also... Wenn jetzt jemand Bräuse in unbedingt Diamanten schenken möchte, nimmt er den gerne an. Ja, ja, das ist, äh... Obwohl ich eigentlich nicht so direkt habe, ich weiß, was es damit soll, aber... Ja, zum Beispiel heizen, wenn die, die Kohle ausgeht. Ja, aber ich hab ja eine Gasheizung. Ah, und da den Diamanten da rein zu zwängen in den Brenner? Ja, das ist doch auch alles so hier Methan, Ethan, Propan und sowas. Das ist ja im Prinzip auch nur quasi so kleine Mini-Diamanten, ne? Wo außen so, so Wasserstoffatome noch drumrum drapiert sind. Ja, 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 ist alles irgendwo der gleiche Ursprung. Alles Kohlenstoff. Nur der Verrottungszustand ist ein anderer, ne? Ja, so Verrottungszustand ist ein guter Ausdruck. Wir haben hier die ganz frischen, also hier die Grovewood-Diamanten, die sind noch richtig, äh, quasi niegelnagelneu. Aber wenn sie dann ein bisschen verrottet sind, dann wird Kohle raus. Also ich, glaub ich, erst wird die Torf da raus und dann wird Braunkohle und dann Steinkohle und dann Anthrazit und dann irgendwann Diamant oder so. Ja, äh, ja, ja. Ja gut, aber wie wir dazu gekommen sind, war ja nun, war ja diese schwarze Buttercreme-Torte aus dem Berg raus gekratzt wird. Ja. Und dann entsteht ja ein Hohlraum da, wo die Kohle war, weil es wird ja nicht verfüllt. Äh, gib mir mal ein Heilzauber eben, weil bei mir entstehen auch grad viele Hohlräume. Oh. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so... Ja, mach nix, ich sag schon Bescheid, wenn es so wird. Und dann entstehen jetzt in dieser Buttercreme-Torte, kratzt die Buttercreme raus und dann bleibt nur noch oben und unten der Tortenboden über. Da ist der Tortenboden über und der drückt dann nachher sich mit der Zeit dann wieder zusammen. Ja, das kann man sich ja so vorstellen, das ist ja nicht einfach nur ein Gang quasi, sondern diese Buttercreme, das ist ja so ein richtiges Buttercreme-Feld, was also in Länge und Breite geht. Äh, ich weiß nicht welche Größen, aber wenn man sich jetzt so einen Fußballplatz oder sowas vorstellt... Ich kann mal sagen, unsere Abbaufelder, die wir betrieben haben, die aber dann quasi immer so nebeneinander liegen, wie ein Fußballplatz neben dem anderen oder ein Getreidefeld, die hatten, äh, wenn es, also tektonisch oder so vom berchtechnischen, was keine Versetzungen drin waren, erlaubt, immer so ne Breite von 250 bis 300 Metern. Mhm. Und dann gingen die der Länge nach so zwei bis drei Kilometer. Also das sind ja gigantische Flächen, wenn man sich das vorstellt. Das sind. Das ist ja ein riesiger Hohlraum, das ist ja wie die Minen von Moria oder so. Ja, und da ja dann auch diese, dieses Feld, sagen wir mal, insgesamt begehbar sein muss, müssen also Gänge sein, ne, die aber nicht zusammengedrückt werden sollen. Weil man will man ja auch für das nächste Feld und für das übernächste und und und, weil die Abförderanlagen und Bandstraßen und sonst was, da soll das ja alles erhalten werden. Trotzdem ist der Druck ja da, also besteht da immer die Gefahr eines Einbruches, ne, und dann, äh, ist im Normalfall gehen solche Kohlefelder relativ langsam zusammen, das heißt langsam innerhalb von Tagen oder sonst was, ne. Also relativ langsam. Ja, ja, es kann aber auch, kommt auch vor, dass der, das Gestein, weil er wieder im Berg, man ja schon gesagt hat, das Handende, so relativ stabil ist, also nicht in sich zusammenbröckelt, im Normalfall liegt die Kohle in einem schiefer Dingsbumsgebiet, wo also, das also ziemlich schnell zusammenbricht. Mhm. Na, manchmal ist es dann noch etwas stabiler und dann bleiben große Hohlräume, ne, aber das hält dann ja auch nicht ewig, sondern irgendwann kommt sowas schlagartig dann. Also man, dann entstehen plötzlich Drücke, die dann kaum noch zu bewältigen sind, ne. Man kann sich das jetzt nicht vorstellen, dass dieses, äh, ganze Kohlefeld, dass das quasi, äh, abgebaut wird und dann man einen großen Hohlraum hat, sondern das wird quasi, äh, äh, ich sag mal, Schicht für Schicht oder so abgebaut und dahinter drückt sich das dann zusammen, dass also immer nur ein relativ kleiner Teil auf einmal Kohle ist. Ja, 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 das müsste man sich ungefähr so vorstellen, äh, man nimmt so eine Torte, ne, und zieht da, sagen wir mal, irgendwo ein raues Band oder sowas durch, immer, äh, meinetwegen hin und her oder sonst was, ne, und zieht das dann so langsam durch die Torte, dass man so die Buttercreme raus drückt. Und hinter dem Band sackt das dann so langsam wieder zusammen, ne, das passiert im Prinzip direkt hinter dem Abbaufeld, ne, ist schwer zu schildern, wie sein Ausbau, äh, äh, den Abbau selbst sichert, ne, das kann man so schwer erklären. Ja, wer jetzt die ganz genauen Details, äh, wissen will, lässt sich sicherlich alles irgendwo finden im Internet, auf YouTube, auf Wikipedia oder so. Ja, 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 jedenfalls, äh, aber manchmal, wie gesagt, ist das Hang da auch recht stabil und will da nicht so richtig kommen, ne. Dann, dann hängt das erst mal. Dann hängt das. Und man versucht das dann meistens durch Sprengung, durch Schießen. Bisschen, bisschen Heilung. Äh, äh, zum Zusammenbrechen zu bringen, damit, damit dieser, dieser Hohlraum, den man dann im Bergmanagement, der alte Mann, nennt, naja, dass der Alter nicht zu groß wird. Und dann zu viel, zu viel Druck dann auch irgendwie entsteht. Oder zu, 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 zu große Schläge gibt, die gehen dann manchmal, wenn die Schläge sehr groß sind, ist halt so sehr große Stücke kommen und die Risse nachher, bis zum Tage, durch den, merkt man das sogar, äh, über Tage, ne, wie so kleine Erd. Was heißt denn jetzt große Stücke, also wie groß kann ich mir so ein Stück vorstellen? Also im Normalfall ist das Bruchzeug, was weiß ich, von, äh, 1x1 Meter bis Handfein oder, ne, man kann es auch schwerlich sehen, weil es, äh, es bricht dahinter zusammen, ne, und das sind dann, äh, Gebiete, da treibt man sich nicht rum, da guckt man nicht groß rein. Ja. Und das ist dann doch ein bisschen zu gefährlich. Das, äh, kann ich gut verstehen. Aber, also wie gesagt, es können dann auch ein paar Stücke kommen, die, äh, man weiß ich, wie so ein Möbelwagen so groß oder wie ein LKW oder vielleicht noch etwas größer im Hinterfeld, da sieht man aber dann nicht mehr, kann man, ne, ne, aber wenn man sich so vorstellt, so ein, äh, so ein Steinklotz, der, und weiß ich, 20 Meter lang, 5 Meter breit und 8 Meter hoch ist, ne. Ja, wenn der runterkommt. Dass das so einige tausend Tonnen, die dann dahinter drücken, ne. Aha, ja, da kannst du natürlich nicht irgendwie einfach so abstützen. Das kann man dann auch nicht mehr abstützen. Den normalen Druck, der direkt beim Abbau entsteht und wenn die, äh, Strecken zusammengehen oder die, äh, Kohlefelder, das kann man wohl in den Griff bekommen, ne, durch den Ausbau, der, den Abbaubetrieb selbst sichert. Aber, äh, zu viel heißt dann besser weggehen. Und dadurch, dass das alles so, äh, in sich zusammensackt, sag ich mal, das setzt sich ja letztendlich fort bis oben an die Oberfläche, ne. Bis an die Oberfläche und dann entstehen diese bekannten Bergschäden. Ne, wo dann auf einmal, da wo früher gerade Felder waren, auf einmal Senken entstehen, wo sich Wasser, sag mal so sehen, entstehen oder Teiche oder wo Häuser auf einmal schief, äh, anfangen schief zu werden, ne. Ja, wir haben hier mal nachgeguckt, äh, ungefähr da, wo hier unser Heuskind steht. Vor, äh, ein bisschen über 100 Jahren, da war die ganze, äh, Gegend hier ungefähr 12 Meter höher. Ja, das ist quasi alles so, äh, durch den Abbau in den letzten 100 Jahren um die 12 Meter nach unten gesackt. Es ist natürlich nicht so, dass da irgendwo so eine 12 Meter Kuhle ist, sondern es ist natürlich, äh, weil das, das gesamte Gebiet an, an sich ist jetzt niedriger. Ja, man sieht aber auch ganz schön, so manche Bruchkanten kann man ganz gut sehen, wenn man bei uns auf der Landwehrstraße Richtung, von Wegenhofen aus Richtung Hamm fährt, im Bereich... Da werden jetzt die meisten unserer Zuschauer wahrscheinlich eher selten vorbeikommen, aber... Ja, jedenfalls sieht man da, dass auf einmal eine Straße, die früher immer ganz gerade aufgeht, auf einmal über eine gewisse Entfernung bergauf geht. Man sieht quasi, wenn man über die Felder, Wälder guckt, richtig so eine Kante. Also nicht keine scharfe Kante, sondern so einen kleinen Knick im... Äh, 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 ne? Aber da muss man schon ein bisschen wissen, wonach man gucken muss, ne? Naja, das kann man eigentlich ganz deutlich sehen. Quer durch Bergkram, aber da gehen etliche Bruchstellen durch. Wir, im Bergbau wurde ja eigentlich immer so versucht, möglichst großflächig abzubauen und ohne, äh, äh, zu verfüllen. Weil verfüllen heißt immer, irgendwo bleibt was und irgendwo fehlt was und dann wird es nachher, wenn es bis zur Oberfläche durchkommt, dann doch ziemlich, äh, Schäden einrichten, ne? Ah. Also wenn man das ohne zu verfüllen gleichmäßig, ist es quasi ein Absenken, ne? Das ganze Niveau senkt sich natürlich bis auf die Ränder, die es ababfällt. Das bleibt natürlich natürlich am Touristen. Man kann das nicht einfach irgendwie, sag ich mal, äh, Beton reinpumpen oder sowas und dann bleibt das, was es ist? Ja, ich glaube, die Mengen, die da... Wäre zu teuer. ...raus gefördert werden, ne? Das wäre... Wenn der Beton teurer als die Kohle, die man rausholt, dann, äh, rechnet sich das dann auch nicht mehr so richtig. So, machen wir an dieser Stelle eben einen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Und Cut. ... ... ...